Herein spaziert in die Märchenwelt von Hänsel und Gretel. Entdecke das rätselhafte Häuschen voller Leckereien. Das Hänsel und Gretel Spiel ist ein spannendes Abenteuer, bei dem du selbst die Süßigkeiten vom Häuschen nehmen musst. Aber nimm dich in Acht vor der bösen Hexe. Sie sieht alles. Sammle vier unterschiedliche Süßigkeiten und gewinne das Spiel. Knusper, Knusper, Knäuschen von Jumbo.